Im Hallenbad, im Hallenbad Ja Leute, Bademeister Schalupke mein Name. Wir sind jetzt hier in den Wümmäusen beim Soundcheck und ich hab euch jetzt den Song Im Hallenbad mitgebracht. One, two, three. Ja Leute, das war's von mir. Klatschen geht auf zwei und vier. Und fällt's euch schwer wie Blei, geht auch auf die eins und drei. Der Beckenrand ist mein Revier, gilt nicht nur fürs Pubertier. Das gilt auch an sich für Opa Heinrich, gilt für Summer Kimberly, Amanda Schein, Marie-Sophie und die Helikopter-Mutti in ihrem SUV. Es gibt gemischte Tüte. Hallo, wie geil ist das denn bitte? Ich komm jetzt in die Puschen und geh duschen. So, und ich möchte jetzt hier eine Ankündigung machen. Am 1. November 2019 spiel ich mein Programm Chlorreiche Tage im Dusty in Erfurt und ich würde mich freuen, wenn ihr alle kommt. Wir machen uns dann einen gemütlichen, geklorten Abend. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020